Musik Musik Also wir arbeiten viel in Entwicklungsländern, wo wir Dörfer erreichen, die sonst mit dem normalen Auto oder zu Fuß nur über mehrere Stunden Weg erreicht werden. Und ich glaube, das wird wirklich in der Pandemie helfen, Impfstoffe schneller von A nach B zu kriegen, ohne dass sie kaputt gehen. Musik 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 Musik